Der kommt, der schickt einen Schlag. Jetzt sieht's los. Jetzt. Jetzt sieht's los. Jetzt sieht's los. Kurz vor dem Ausatmen. Viertel nach neun, dann geht's los. Nach neun? Nee, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns am Montag wieder. Macht der Düpluss an. Tschau, sagt der Tommi. Ist meine Ruhe falsch gestellt, ja? Nee, du hast recht. Sagt der Tommi. Tschüss. Und jetzt trägt er ganz auf den Mars wieder. Ja komm, erst mal abbauen hier. Ach so, ach so. Kannst du denn hier alles wegbrotseln, wenn er alles noch dran ist? Wir gehen mal um bei Fünfer hin und bei Vierabendus. Was ist mit dem hier? Den Reifen müssen wir ja dran lassen, weil wir müssen ja rein stemmen. Macht er nicht. Tretlagernummer ist ja durch. Ach so, ja, der Neppel, ey. Ich hab schon Singer auseinandergebaut. Der hier muss man noch ab. Nee, ist ein Dreier. Oder ein Kreuz. Seht nicht, Kopf lang. Vielleicht dann ist es ein Kreuz, ne? Ein Achter. Kreuz. 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 Boah, ey. Da steht noch die Nummer auf dem R1225. R1225. Boah. Wahrscheinlich deswegen, wo das Ding nicht festhält. Na, dann hör mal auf, ey. Nee. Mach mal. Versuch mal. Was breiteres. Ist ja schon vernullig. Mach mal einen Schlitzendicken. Und dann dreh mal. Ich, 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 ich leck'n die R1225. Mach mal Schlitzendicken. Ja, ja. Mach mal Schlitzendicken. Boah, ey. Alter, die sind ja im Rahmen schon, die scheiß Bauernzüge. Boah. Deswegen. Dreh mal jetzt. Kann nicht drehen mit der Hand. Ist das gerade? Ja. Oh, nee. 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 Vergiss das. Mach mal weg, Brotzellen. Scheiß Ding. Und dann mit der Zange rausdrehen. Guck dir das an. Rein in den Rahmen gesägt ist. Alter. Mit den Rahmen reingesägt. Boah, also eh neu. Ja. Grundzüge schön reingesägt. Flex. Haben wir noch. Ja. Perfekt. Ja. Zieh mal, ey. Ist noch was dran? Bei der Zugführung machst du neu, oder? Ja, klar. Jetzt kannst du ja hier die Dings nehmen, ey. Ist schon ab. Ist schon ab. Ja. Ja. Das ist schon mal sehr viel wert. Ja. Drückt nämlich weniger auf den Raum jetzt. Jetzt müssen wir ja nur noch hier diese. Und hier können wir auch noch raus schaffen. Kriegen wir auch noch was. Aha. 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 Ja. 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 Das ist so laut jetzt gar. Ist noch Kopfhörer? Brauchst du Kopfhörer? Ne. Für die Leute. Ja. Ja, ist ja kurz vor meinem noch. Boah. Alter du bist durch. Springt. Alter. Boah. Krass. 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 Und der Sprängring ist drin. Der Lager hat es hinter sich. Auf jeden Fall. Man sieht schon, Alter. Das Lager ist die ganze Schale. Deswegen dreht sich das so schnell. Schwer. Weil jetzt haben wir die Schraube rausgedreht. Das könnte sein, dass es besser geht. Wir machen jetzt nochmal in die Außenschale hier. bisschen wie die 40 rein ein lager war zumindest gerettet naja gut so waren die ja eh nicht aber zum spielen sind die immer noch gut ja das ist ja auch durch den ich die müsste auch hahaja hier ist das werkzeug wahr ? welchen nehmen wir denn da ne den was andersrum ja einer reiht ja und den dann suchen ja jetzt einfach auf den Boden stellen und Walle hüpft heiß machen, heiß machen haben wir jetzt dann, aber naja. Bist du drin? Und ein bisschen weiter nach links? Tritt mal ein bisschen weiter nach links den Kolben hier, so muss mich irgendwie festhalten hier. Leck mich hoch. Ja, tritt mal hin. Na, ich stehe da schon drauf. Ja, ich weiß, tritt rein. Das kann ja nicht wahr sein, ey. What the heck? Ja, tritt mal hin, Alter. Ich geh mit meiner Rippe. Was ist das? Nicht so. Mal ein Rohr, ein Rohr ansetzen. Nein. Ich denke, wir das Werkzeug ja auch nicht kaputt machen. Also Kaiserschnitt. Ne, heiß machen. Heiß machen, okay. Aber eben ohne den ganzen Metallschratt hier drin. Dann muss der alles heiß machen. Ja. Muss der nicht alles heiß machen. Jetzt hast du schon mal das Unikat. Der brutzelt ja schon. Der muss ja einfach mal lose gehen. Das kann ja einfach nicht wahr sein, so. Der brutzelt ja schon alles. Ist ja Warteglönig. Wartbecker. Sag her. Das ist ja eigentlich, ich sehe ja, dass da was brutzelt dazwischen. Das heißt, da ist Flüssigkeit dazwischen. Müsste eigentlich gehen. Kann man jetzt gut machen, gut. Da zieht sich das ja auch noch hin. Ja, genau. Der Lack ist gut. Ja, war. Ich sehe gerade. Da passiert nicht viel bei dem Lack. Das ist die Emaille wahrscheinlich. Emaille, ja. Emaille. Oh ja, nochmal ein bisschen. Machen wir mal ein bisschen Fenster auf. Sauerstoff reinlassen. Sauerstoff kriegen. Oh, der wird so anders. Ich sehe, der wird noch warm. Ist unnormal. Die Schweißer ist gut, deswegen sagt er zu riechen. Jetzt fallen die Ohren auseinander. So plopp, plopp, plopp. Ja, das wäre schön. Geht bis in die Sattelstütze und noch viel weiter. Du darfst jetzt nicht anlagen, ey. Das muss ja heiß sein. An die Schweißtemperatur ungefähr so 300 Grad haben wir jetzt ungefähr. Das heißt, das einzigste, was bei Stahl das Gute ist, du kriegst es halt echt auch bewegt bei Stahl halt. Mit Hitze. Stahl ist besser als Aluminium und Stahl. Aber ich sehe an der Stelle hier noch nicht so viel. Pass auf, da kugel ich das Gute Kabel an. Ne, ich lasse es ja auch. Da könnte ja noch was zu retten sein. Die Sache ist, wie schnell sind wir im Zusammenbau des Hebels. Ja, steckt drin. Halt mal drauf. So. Halt drauf. Halt mal hier fest. Hältst du? Ja. Ja, das ist so. Dass ich auch in einen Schlauch komme. Das ist so viel drin. Jetzt könnt ihr drehen. Ja, ich drehe. Ja, ich drehe. Oh, ja. Weg! Weg! Halt und fest! Halt und fest! Halt und fest! Tuns! Junge! Ja! Ja! Geil! Schaxe! Alle draußen, wo ist das? Fußball! Oh nee, fünf Meter. Ja! Ja! Oh, sind wir Brandbäcker! Der Moment! Der Moment ist Gottes Sieges! Immer klucken bitte! Immer klucken! Hilfe! Oh Mensch! Ja, ist drin! Ja! Gut! Ja! Oh! Krass! Weiter! Attack! Ja! Jetzt haben wir ihn! Ja! Nein! Na ja! Okay, mach was! Zieh ab! Kannst abziehen! Heiß! Heiß! Aua! Check! Lass doch mal runter! Heiß! Ach! Ich soll einfach nur... Ein Tuch hier! 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 Ich soll jetzt mal so! Ja! Boah ey! Gib ihm ey! Alter! Jetzt hat er weg! Alter! Jetzt hat er weg! 100 Euro gewonnen! Ohne Schnitt! Tausendmal besser! Ey! So geil! Nachgeschritten sogar! Das ist ein Geburt ey! Ich fühl mich als hätte ich ein Kind geboren! Das ist ja! Heute zweimal Freu! Heute zweimal schon! Einmal Chris King! Ja! Aber hier! Oh ey! Was für'n Tag ey! Waller kommt vorbei! Der beste Praktikant ist ja! Du bist ja kein Praktikant! Also hättest du mit dem anderen nicht viel gebracht heute! Hast du Waller eine Beute! Wiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Alter, oh jetzt, jetzt, jetzt! Aber das Ding ist immer noch so, ne? Ach ne, so jetzt, oh guck mal, was für ein Mehl! Was für ein Mehl! Halt jetzt die Kamera! Halt die Kamera an! Voll die Schlöcke, ey! Alter, das schweig ist überhaupt zu können. Mann, 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 ey, was für ein Akt, ey! Geil, raus! Ey, geil, ey, geil! Reicht für heute! Das war's! Liebe Leute! Das Ding ist draußen, aber juckt dir mal! Dank der Hilforscher-Lappe! Oder? Das ist noch in einer Woche am Staub! Schön Eis einatmen! Ach doch, weg, weg, weg! Das ist richtig! Okay! Achim, Tretlager drin! Geil, 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 der Scheiße! Oh, ist das gut! Oh, ist das nicht viel! Oh, ich will auch nochmal eine Bürste! Ja! Das hat euch gut! Das hat euch gut! Der wird sich freuen! Alter! Wobei, wie viele Leute sind das da gewesen noch? Weiß ich nicht, ey, wie sieht das Tretlager aus? Boah! Wird gemacht! Geil! Geiler Nummer, halt! Läuft bei mir! Jetzt Kassette drin vorne! Keiner kann uns stoppen! Ne, Tretlager, ey, hat bei dem einen angefangen, wo die Freundin hier war, Boah, ey, ich war bei vier Läden! Keiner hat sich das zugetraut! Bla, 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 bla! Und hier kriegst du's! Ja, irgendwie klappt's ja immer! Bloß, wie gesagt, wenn die Leute dann immer ächstlich sind, dann ja, ach, ich frau das Bier mal da, dann hat der andere kein Kreis an! Ist ja geil! Aber der Markt muss auch noch fertig werden die Woche? Also 8-fach! Kette, 8-fach Kassette, 8-3er Kogel? Kogel? Gar... Achso, ist ja scheißegal! Ist ja scheißegal! Da kommt ja eine neue ran! Ist ja Quatsch! Freden! Fredigus! Ja, cool! Freut mich! Auch noch von Erfolg gekrönt! Wunderbar! So machen wir das! Gut, liebe Leute! Damit verabscheu ich mich! Und der Walle hoch! Ja! Wie geil! So, jetzt muss ich noch reinräumen, wa? Scheiße! Fantastisch! Wolle style! Wolle style! Wolle style! Wolle style! Bis morgen! 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 Bis morgen!